Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Ausstrecken. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Streckt aus. Streckte aus. Hat ausgestreckt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich strecke aus. Du streckst aus. Er streckt aus. Wir strecken aus. Ihr streckt aus. Sie strecken aus. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich streckte aus. Du strecktest aus. Er streckte aus. Wir streckten aus. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe ausgestreckt. Du hast ausgestreckt. Er hat ausgestreckt. Wir haben ausgestreckt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich strecke aus. Du streckest aus. Er strecke aus. Wir streckte aus. Wir strecken aus. Wir streckten aus. Sie strecken aus. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich streckte aus. Du strecktest aus. Er streckte aus. Wir streckten aus. Ihr strecktet aus. Sie streckten aus. Den Schluss macht der Imperativ. Strecke aus du. Strecken aus wir. Streckt aus ihr. Strecken aus sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb ausstrecken. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. ... www. överberiedatokriterium.de, www.overberiedat.de, www.pленияwerb.de